So, weiter geht's mit Genshin direkt im Anschluss zur letzten Aufnahme, denn es ist, ja, Viertel vor eins und allerhöchstens eine Stunde bis Viertel vor zwei. Ich hab's auch gerade noch gesagt bis halb eins, aber was soll's. Ich bin relativ viel aufgestanden mit Viertel nach elf, von daher bin ich eh noch nicht so schnell müde. Gut, ich fange direkt mit der Quest an und lege mal hier hoffentlich dann, was steht hier nochmal? Das ist jetzt die Quest, wirklich. Das ist ja traurig, weil ich hab irgendwie erwartet, oben noch was zu finden. Ähm, ich meine, die Dinger sind jetzt ja aktiv theoretisch, von daher, hm. Das ist ein Bademeisterplatz, oh mein Gott. Oh, oh, they inspected you to actually fix those doors. You, you've got spirit. Alright, let's, uh, lots of it. Hm, now should we, I should probably put the, uh, put this, so. We feel actually this device, but I don't think they need harder to readjusting. Welche, welche devices? Detail? Okay. Any ideas? Aha, no worries, leave those details to me. We just can't come back around tomorrow, right? Uh-huh. Wait until the following day. Ich mach mal bis acht. Ist jetzt ein Luki despawned gerade optisch, oder ist er echt übernachtlich hier? Oder er steht da. Rongo. Aha, you're back. Behold your ultimate enhanced great training arena of the springs. What do you think, Wahine? Ready to hop on board as birdway? Alright, let's begin. Alright, let's not wait, uh, longer than we need to, heh? Okay. Ja. Ich dachte, ich soll auf den Spirit Ray. Das war interessant. Ah, jetzt bin ich auf den Spirit Ray, okay. Gut. Habe ich jetzt gerade einen da in der Luft nicht bekommen? Jetzt war so ein Sprungding einfach nur, oder? Oder? Ähm. I'm confused. Ich hoffe, da komme ich noch dran vorbei, weil irgendwie wirkt das gerade falsch, dass es denn dran war. Oder? Moment, das wirkt sehr falsch. Okay. Soll das so? Ich bin mir echt unsicher. Hm. Ich bin mir sehr unsicher. Egal. So, hoch da, dann da hin. Ich bin mir echt unsicher, ob er den noch kriegt. Oh mein Gott. Weil das wirkt irgendwie schon fast wie Ende jetzt eigentlich. Das wirkt wie Ende. Anscheinend habe ich sie completed, okay. Dann war es doch nur so ein Sprungding. Hm. Ohne, oder? Ohne. Ohne. Wahrscheinlich. And it's a fighting spirit in any case. So this is more than enough. If you've got the time and the mind to hone your spirit, feel free to come back. Hm-hm. Okay. Das war die Quest. Gut. Äh. The light on the lake. Goodness the completion of the people of springs. Great training. I mean, will it actually be of any use? Ja, mehr oder weniger. Gut. Dann war ich da, da, da. Den Bereich hab ich. Hm. Da war ich. Da war ich zum Teil. Irgendwie... Da muss noch irgendwas sein oben. Da ist doch noch dieser komische Stein gewesen. Kann keiner sagen, dass man damit nichts machen kann. Oh, weiß. Interessant. Hm. Oh. Wo kam die Kiste auf einmal her? Ja, irgendwie. Ich bin grad unsicher. Was ist das für eine spätere Quest? Oder... Was ist das? Hm. Kuh. Chuh. Tuh. Heh. Kannst du es sehen? Lass uns gehen, Twirly! Ich verstehe nicht, für was das gut sein soll, das Ding. Hat das vielleicht was mit der Quest da unten dann noch zu tun? Das könnte sein. Das könnte wirklich sein. Das ist mir das Einzige, was mir noch einfällt hier, was damit zusammenhängen könnte. Gut. Dann... Ja, wie gesagt, wollte ich noch das hier erkunden? Ich dachte, die Quest geht länger. Äh, alles außer die Quest selber will ich erkunden. Okay, das Area hier steht für sich alleine anscheinend so ein bisschen. Gut. So, da war ich schon in die Richtung. Äh, ich würde erst mal nicht von außen kurz gucken wollen. Guck mal hier! So. Hm. Aber ich glaube, das meiste hier hatte ich auch schon am Rand eingesammelt. Wie war ich hier halt? Ja, da war ich. Wo ist hier das Becken? Hm. Ich würde gucken, da war ich mit der Quest. Da werde ich immer noch hin müssen gleich. So. So. Gut. Ja, ja, geh auf die Dinges drauf. Oh. Die Batschi, Master Trainer and People of the Springs. Oh. Ich dachte, wäre es denn böser. Da ist nichts mehr Spaß, als leaping up high, bevor feeling the weightlessness of your fall. Hey there, what would you say, to try out my Warriors Challenge? Let's begin. 13.000 per SS. Start. Okay. Okay. Right to splash. Gut, man kriegt's mir das eingestellt. Wow. Okay. Halt. Was ist das für ein Ding? Der hat Punkte gegeben, oder? Okay. Einfach raten, wo ich hin muss. Auch wenn's nicht richtig ist. Äh, okay. Das war random. Sehr random. Mhm. Oh. Okay. Alles eingesammelt. Okay. Ah. Achso, ihr sagt dazu ja nichts mehr. Gib mir ein Moment to prep. Mhm. Weil wir die grad bekommen haben, Teinari. Darum ist hier ne Chest. So. Hm. Hm. So. Wenn ich jetzt grad hier bin, kann ich mal hier auch kurz gucken. Ja, dann geh ich da gleich gucken, auf der Insel, wenn ich jetzt eh hier bin. Wobei. Nee, komm. Ab in den kleinen Weg hier. Ist das schon ein Fjord? Nee, oder? Komm, ein Fjord sieht ein bisschen ass aus. Hm. Gut. Achso, jetzt bin ich hier. Aha. Ja, komm, lass mich mal kurz mit dem Ding fahren. So. Na ja. Aber hier war ich ja schon auf der Seite, glaube ich, oder? Ja, ich muss da wieder hin. So. Gut. Ähm. Wo auch immer der Höhlenangang dafür ist, aber okay. Liegt best. Warum ist hier so ne Fläche Wasser? Ganz klein. Und scheinbar. Ah. Interessant. Ist wieder die Fläche? Okay. Okay. So. Ja, wahrscheinlich kommt man über das Loch da wahrscheinlich rein. Liegt es hier nicht. Dass ich in der Luft, obwohl ich nicht mit dem Ding fahre, Flogistron verliere, ist ein bisschen dumm. Wie hat denn sich das ausgedacht? Hm. Gut. Ansonsten. Ähm. Immer mal ein bisschen mehr zu reden, was nicht über das Erkunden geht und so weiter. Habe ich irgendwelche Themen gerade, die mir einfallen? Nicht wirklich. Ich hatte in der letzten Umnahme ganz zu Anfang erwähnt, dass ich ja im aktuellen Conan-Film war. Und ja, ich bin mir unsicher, wie ich den Film jetzt deuten soll. Auf der einen Seite sind Filme non-Kanon. Auf der anderen Seite wurden schon Charaktere aus Filmen in den Manga übernommen. Wenn ich mich nicht irre, war Shira Tori einer. Und halt eigentlich fast alle anderen Polizisten irgendwie mal ab irgendeinem gewissen Punkt. Und in den Film wird immer mehr auf Ereignisse aus dem Manga auch eingegangen. Also so ganz Standalone-mäßig sind die auch nicht mehr, dass sie komplett losgelöst sind. Sie orientieren sich teilweise so ein bisschen an Sachen, die dann da passiert sind. Zum Beispiel, Achtung, Spoiler. Das war für mich auch ein Spoiler, irgendwie. Ich habe mich den Anime noch nicht weiter verfolgt, großartig. Den Manga lese ich eigentlich auch nicht wirklich. Den habe ich nur einmal in meinem Leben gelesen. Und das war mit dem Welttree Express, glaube ich, der Teil. Den müsste ich mir deswegen auch nochmal im Anime angucken, weil der war auch irgendwie anscheinend für den letzten Film relativ wichtig, diese Folgen. Dieser Teil im Manga. Und ich habe halt keine Ahnung mehr gehabt, was da abgegangen ist. Ich wusste irgendwie aus irgendwelchen Gründen Kaito da drin vorkam. Und der Punkt, dass Kaito da drin vorkam in der Folge mit der BO zusammen auch noch. Stabilisiert! Also Black Organization. Ich finde die BO immer ein bisschen merkwürdig, wenn Flo das so schreibt. Aber, ja. Den Männern in schwarz. M.S. Könnte man auch sagen, in der Theorie. Aber, ne. Im Endeffekt, ja. Na komm, gib mir einen Partikel. So. Und, bis das. Nicht sein verdammter Ernst. Du Hurensohn. Ich habe meinen ganzen Burst ignoriert. Oh mein Gott. Oh, es ist erheblich. Lass ihn riechen. Ich kann es nicht sehen. Ich weiß nicht, warum er meinen Burst ignoriert hat. So. So. Meine Güte. Nüske ich jetzt halt mehr als genug, um Rudolf zu gehen. Äh, ja. Auf jeden Fall, die Folgen. Einerseits würde ich die Folgen jetzt mal so zwischendurch mal gerne nochmal gucken, um zu gucken, was da war. Ich meine halt, wie gesagt, dass Kaiitos nur vorkam. Was irgendwie merkwürdig ist, man bedenkt, dass Kaiito eigentlich eher so ein Cross-Over-Chan, Anführungszeichen, ist. Weil in seinen Manga-Anime-Folgen gab es Magie. Ich meine, ein Mittel, das verjüngt und schrumpft. Und so gesehen, unsterblich macht. Oder einen Pandora-Stein, der unsterblich macht. Und eine Hexe, die irgendwie Leute verzaubert. Das tut sich dann auch nicht mehr viel. Vor allem nicht, wenn man die Film-Action-Szenen mal wieder nimmt. Äh, was da abgeht. Aber, ja. Im Endeffekt. Hm. Schwierig. Hat ich jetzt den Kleinen hier umgebracht? Ja, ich. Gut. Ich bin jetzt da hingegangen. Ich bin da noch... Ja, doch, da war ich auch schon mittlerweile. Und da war ich. Jetzt auch einmal zu diesem Loch hier hin, weil ich gucken will, ob da wirklich ein Höhleneingang ist. Weil da würde ich dann halt noch nicht reingehen. Wegen der Quest. Das sieht halt interessant aus. Irgendwie. Aber da wo reinkommt. Aufkommt. Whatever. Hm. Ja, auf jeden Fall, äh... Er kam da drinnen vor. Das ist schon so ein bisschen, naja. Und so weiter und so fort. Ich bin jetzt nach dem Film der Meinung, dass theoretisch die Story... Story. Die Story-Strenge von Gaidu Kid und Conan immer mehr ineinander überlaufen, übergehen. Ähm. Deswegen, ja. Dass die anscheinend Cousins sind, weil Yusaku anscheinend jetzt einen Zwillingsbruder hat. Äh. Note left at the camp. Geht's hier noch weiter irgendwie rein? Ja, hier geht's weiter rein. Gut, dann, äh, das Loch und alles, was hier drin ist, erkunde ich dann später. Ähm. Ja, also auf jeden Fall anscheinend Torichi Kuruba scheint wohl der Zwillingsbruder irgendwie zu sein von Yusaku und... Also wenn das Kanon wird und Kanon ist. Ich weiß nicht, ich muss dazu nochmal weiterforschen. Ich hab's bisher noch nicht wirklich gegoogelt. Ich hab auch nur einen Reddit-Post gelesen, der anscheinend irgendwelche Leaks, äh, vom Film behandelt hat. Auf jeden Fall, äh, wenn das der Fall ist, dann ist es interessant, dass irgendwie jeder mit jedem verwandt ist. Weil im Zuge dieses Beitrags hab ich auch, in Anführungsstrichen, leider gelesen, dass angeblich... Ähm... ...die Mutter von Sherry und... ...ääh, Akimi, also Mio, ja, Shio und Akimi, immer Ai, deren Mutter, die Pharmazeutikerin. Der ist jetzt anscheinend die Schwester von Akai's Mutter. Was noch interessanter wieder wird, weil im Endeffekt dann die Tochter von der einen mit dem Sohn der anderen was angefangen hat, was aber natürlich keiner wusste, wahrscheinlich, von beiden, hoffe ich mal. Aber... ...wenn das stimmt, weil ich hab's nicht über ein Anime oder Manga verifiziert. Und ich will's auch noch nicht verifiziert haben, weil dann weiß ich, dass der Spoiler richtig war. Aktuell ist das in meinem Headconer noch nicht angekommen, dass das so ist. Also... ...aktuell behandelt es als, äh... ...ist ein... ...Random League, der nichts zu sagen hat. Einfach nur, um nichts zu denken, ich wurde gespoilert. Ansonsten, in dem Film kommt irgend so ein Glatzkopf vor, der random Opamada war und mit... ...Harakiri gemacht hat, quasi, äh... ...gegen andere Leute und mit einem hier... ...Kendo-Schwert. Überleg grad. Irgendwie habe ich im Hinterkopf, dass ein Holzschwert beim Kendo Boken heißt. Ist das richtig? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die hatten halt Holzschwerter dabei. Holz, Kendo-Schwerter, wie auch immer. Auf jeden Fall, äh... Ja... Ich weiß nicht. Der wirkt ja so, als ob der irgendwie komplett random ist und ob der irgendwie noch wichtig wäre später und ein Vorstellung für Anime, Manga ist irgendwie, keine Ahnung. Oh, wer läuft denn da rum? Wieso hab ich denn die grad eben nicht gefightet? Das wundert mich jetzt aber. Ich hab definitiv hier gefightet irgendwo. Und ich war auch da. Wo kommt die auf einmal her? Hm. Solidify! Egal. Ja, auf jeden Fall, äh... Bap, bap, bap. Der Glatzkopf könnte vielleicht noch interessant werden, wichtig werden, whatever. Und... mit einer anderen Person verwandt machen muss. Auf irgendwelche, äh... Über irgendwelche Ecken. Äh... Es ist halt... sehr... merkwürdig in gewisser Weise. Oh, scheiße. Hier sind ja... Die beiden Gören mit der Quest. Kann das sein. Genau da. Aber... Eigentlich will ich auch gar nicht in den Berg hier rein. Star-Challenge, wo muss ich hin? Okay, da hin. Zack. Gut. Der ist nämlich jetzt mit, aber dann drehe ich wieder um. Gut. Äh... Wie komme ich vernünftig da rüber? Oh! Was haben wir hier denn? Das hab ich nicht mal gesehen, aber ich muss gerne mit. Achso, das ist sogar, damit man da rüber springen kann. Zack. Ja. Auf jeden Fall, diesen Verband und... wenn... Also... Es war ein Film halt mehr oder weniger subtil mit... Äh... 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 Das hier riecht nach Loot. Gut. Gather! Ah, Riffy! Und Schrauben! Heh... Lass uns das in den Mund riechen. K... Sir! Mhm. So. Solidifizieren! Glaub ich zumindest das nach... Du redest irgendwie... Die Hälfte ist weggefallen, glaub ich. Sir! Nein, 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 nein! Oh, scheiße. Ah! Ah! Bin zu in! Wie komm ich da jetzt vernünftig hin? Ja, aber das... Hält sich in Grenzen. Man kommt relativ gut da hoch. Auf die Anweise. Gather! Gib mir deinen Loot. Gib mir deinen Loot. Gib mir deinen Loot. Gib mir deinen Loot. So. Loot vom Rest. Äh... Ist irgendwas runtergefallen? Natürlich ist was runtergefallen. Oh. So. Stabilize! So. So. Eigentlich hier rein wollte ich nicht, aber jetzt bin ich grad hier unten. Dann kann ich auch hier unten kurz gucken. Äh... Ja. Also wie gesagt, ich weiß nicht. Also man könnte meinen, dass die Stänge jetzt zusammenlaufen so ein bisschen. Und... Auch wenn es immer wieder verneint worden ist. Ich gehe jetzt einfach mal mit meinem Headcam davon aus, dass... Solidify! Die BO bei Conan die gleiche Organisation ist, die auch den Pandora-Stein sucht. Das sind nur zwei verschiedene Abteilungen innerhalb der Organisation. Die einen über Chemie, die anderen über... ...Rudu-Zauber, keine Ahnung. So. Vielleicht haben sie den Stein ja auch indirekt schon gefunden. Na ja, dann würden sie halt die Leute nicht los schicken und nach Stein suchen, aber ja. Auf jeden Fall, äh... Ja. Und im Film war es ja so, wir haben auch immer drüber geredet und bla und... ...Akako hatte schon so komisch am Rand und Conan gefragt... ...ob die verwandt sind oder wie auch immer. Aber wie gesagt, er sieht so aus wie... ...Kaito als Kind. Blablub und so weiter und so fort. Und... Ja, wenn halt... ...Koichi Kuruba... Also sie sind Zwillinge, aber sie sind nicht ein Eich. Ich glaub das müssten wenn zwei Eich sein, weil die sehen sich schon... Nein, ich will da nicht rein rennen! Nein! Hi! Ich bin Huni! Sind Sie hier, um die Baby-Saurians zu finden? Nein! Kann ich Alter 4 drücken? Also ich kann's drücken, aber... ...wenn ich jetzt Alter 4 gedrückt habe, lande ich auch außerhalb der Quest. Ich will die jetzt nicht mehr machen heute Abend. Es ist 11 nach 1. Ich könnte sie machen. Die geht nur 20 Minuten oder so insgesamt. Aber... Ich wollte ja könnten. Noch ein bisschen. Und nicht mit denen jetzt quatschen. Äh... Ja. Sie haben darüber geredet, bla bla. Der Film hat das irgendwie infiziert, weil... ...war so irgendwie und... ...ja, Yusaku meinte halt... ...blablabla... ...Fillingsbruder... ...geschieden... ...mhm, mhm, mhm, mhm... ...und... äh... ...hat halt dann... ...n Brief oder einem... ...ML... ...MS wollte ich sagen... ...ne Chatnachricht gehabt... ...mit... ...T.K. ...A-Punkt. Und in dem Zusammenhang danach wurde Kaito Korbo gezeigt. Der ja mehr oder weniger auch am Ende von Magic Kaito war. Oh guck, ich bin rausgegangen aus der Class. Nice. Gut. Wie weit darf ich mich dem denen nähern, ohne dass ich... Werd ich auch als Saurier rausgezogen? Wahrscheinlich. Gut. Dann weg hier. Ähm... Ja, Kaito Korbo. Äh... Da hat man ja auch gemeint im Anime oder Manga... Ich weiß ja nicht, ob der Anime die ganzen Manga abdeckt. Ich hab die Treasure Edition von Kaito hier stehen im Brigade. Ich hab die auch gelesen. Müsste ich in Band 5 reingucken. Weil ich meine ja, dass der Anime... ...müsste natürlich alle Bände abdecken. Die soweit existieren. Und es wurde daher hartstark angedeutet, dass... ...ähh... ...Toichi halt nicht tot ist. Einfach nur extrem untergetaucht ist. Und... ...ja... Es hieß auch wohl irgendwie... ... oder man dachte, es wäre die Mutter verkleidet als Kaito Korbo. Kommt aber auch nicht wirklich irgendwie ja dann hin anscheinend. Keine Ahnung. Oh, hallo, spring ins Feld. Du rennst aber jetzt nicht bis zu den Kindern, oder? Wehe. Ne, du es nicht. Gut. Du rennst nicht bis zu den Kindern. Wieso ist hier eine Kiste? Hier ist eine Kiste, weil... ...wir quasi indirekt eine Seele hierher gebracht haben. Wieso ist hier eine Kiste? Wieso ist hier eine Kiste? Also ich glaube, der Vorteil ist halt wirklich an jedem dieser Charaktere, Kachina und so weiter... Man muss nicht extra in die Saurier-Form wandeln, um dann diese Exploration-Dinger zu nutzen. Man hat es halt convenient-mäßig im Team direkt mit eingebaut. Teilweise vielleicht sogar besser, weil man halt da nicht raus und rein muss und... ...die Effekte durchswitchen muss. Und jetzt frage ich mich grad, wie ich da vernünftig hochkomme, weil... ...da sind die und ich will da hoch, aber ich krieg hier den Saurier noch nie im Leben von da aus. Oder? Oh, oh, bin ich hier sicher? Oh mein Gott, ich bin hier sicher. Komm hier hoch. Und jetzt weiß ich nicht, wo ich hin muss. War ich hier schon mal? Da hier eine Kiste ist, sag ich mal nein. Gut, auf jeden... Oh nein. Oh motherfucking no. Ich tue so, als ob ich das Ding nicht gesehen hab. Das ist mir heute Abend zu nervig. Lalalalala... War da ein Way-Up-Ding? Nein, da war kein Way-Up-Ding. There is no Way-Up in this area. There is no War on Basin C. Mhm. Mhm. Okay, gut. Ähm... Ja. Auf jeden Fall... ...interessant. Weil... ...ich geh mal ganz stark davon aus... ...Kaito wird wahrscheinlich sein eigenes Ding noch weitermachen. Und die werden wahrscheinlich erst nach ihren jeweiligen Charakter-Arcs dann... ...vom anderen richtig erfahren. Das aber halt dann... ...keine Ahnung... ...Yusaku nie in den letzten 17, 16 Jahren auch nur ansatzweise einmal Tuichi erwähnt hat. Ich mein, vielleicht haben sie sich getrennt und geschieden, als sie noch sehr klein waren. So, dass sie gar nicht erst wussten, großartig wer es ist. Und da hat man auch nicht Kontakt gesucht. Äh, ist halt witziger, wenn man bedenkt, dass, äh... ...Yukiko... ...also Collins, Shinijis Mutter... ...äh... ...quasi bei Tuichi das, äh... ...ja... ...verkleiden gelernt hat. Das wiederum ist interessant. Und da frage ich mich grad umso mehr noch mal so im Nachhinein... ...hatte... ...Tuichi geraubt... ...nur wegen dem Pandora-Stein? Oder hat er ja auch... ...vorher schon so geraubt? Welche sind drin zu wissen? Ob er einfach ein Dieb an sich war? Oder... ...ob er einen anderen Hintergrund hatte? Also eben den Hintergrund. Hm. Und ich glaube... ...ich hab zwar grade schon Zähne geputzt... ...beim Duschen... ...vor der Aufnahme... ...aber ich glaube ich habe grade irgendwo... ...ja... ...ich habe jetzt... ...Stunden später... ...6 Stunden später ungefähr... ...noch so ne Hülle... ...vom Popcorn grade... ...gefunden. Das ist... ...trotz Zähneputzen immer noch irgendwie Popcorn-Reste... ...das ist... ...in gewisser Weise eklig... ...aber irgendwie auch interessant. So... ...ich könnte jetzt da unten mich umgucken... ...oder ich könnte mich jetzt abfacken gehen. Also... ...kann ich mich hier hinporten? Naja... ...ich kann von da aus hier rüber rennen halt... ...theoretisch... Ne warte mal halt... ...das hier ist... ...ja das ist unten im Dorf... ...mhm... ...der Teleporter da unten... ...klingt mir auch nicht so wirklich was, oder? Von da aus komm ich hier auch nicht rüber... ...nicht so vernünftig schnell wie sonst bei dem anderen... ...ja komm ich bin jetzt grad hier oben drauf... ...ich guck da jetzt einmal rein... ...probiere es auf die Schnelle einmal... ...und dann... ...setzt ich sonst den Teleporter hier oben hin. Night's trial trial of precision... ...during this trial openings will lead with the air... ...using grappling hooks... ...break the objects the ropes have grappled onto... ...to cause your foes to fall back down... ...äh was? ...okay... ...interessant... ...äh... ...hier steht nichts von Damage nehmen... ...dessen nehme ich erstmal das Team jetzt. Wieso bin ich tot? Wieso bin ich tot? Wieso bin ich tot? Ich kann nicht mal sehen was passiert ist... ...ähm... Moment, retry challenge, trial of precision, during this trial, openers will leap into the air using grappling hooks, burst forth, ready for launch, overruled, can't hide, I need an electric or pyro-bogen nutzer, I need an electric or pyro-bogen nutzer, or, yeah, good, Scarra would also work, Nivellette theoretisch auch, that's the question, hmm, are you sure it has to be me, fine, let's get this over with, I want to get back, and, yeah, nice question, I don't know, actually, actually, it should be I need the help of an elder, huh? So, let's try it. Ready for launch! Stabilize! To refer advanced! Can't hide! Quick, the wind rises! How much damage to the end? Okay, that means nothing. Okay, moment. Gather! Nope. Ähm. Ja. Ich wollte mir jetzt nicht sagen, ich brauche ein Elektro oder Bow, äh, Elektro oder Pyro-Bow-DPS, oder? Wobei, ne, na, DPS muss es ja nicht sein, nicht unbedingt DPS. Moment. Elektro würde auch Fischl funktionieren, so ist es nicht. Jaaa, Fischl würde funktionieren. Hyro-DPS Bow habe ich halt nur, ja komm, ich mache mal so. So. Okay. Oh, cool. Oh Gott, und dann geht ich auch noch von links nach rechts. Wie ist das auch anders? Stabilize! Oh boy. Würde halt theoretisch Dingens funktionieren. Äh. So. So. Okay. Ich helfe mir zu viel aus. Wie bin ich am Anfang gerade so schnell gestorben? Hab so, keine Ahnung. Kann man das nicht sinnvoller machen? Intelligenter? Geht schon intelligenter. Ich stell mir grad irgendwie extrem nervig vor. Ganz dumme Idee. Ich hab ne ganz dumme Idee halt gerade. Die hat zumindest deutlich mehr Schaden als das Dendro Ding. Ich glaub das macht gut der Mensch muss sein. Ich will gar nicht wissen was man hier noch machen muss. Nicht getroffen werden wahrscheinlich wieder von soem Bullshit. He. 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 There we go. He. leuchtet jetzt den habe ich letztes mal leuchten lassen leuchtet immer der dann kommen das müssen verschiedene sein die hier leuchten oder ich sehe aber keinen weiteren gut ich will nicht wissen was das nächste ist ich will nicht wissen ich soll die dinge einmal kaputt machen bevor sie überhaupt in die luft geht oder wie habe ich das verstehen was verstehe ich mal das wording davon gerade die set up welche option gibt es noch sonst also elektro schüsse das ist ein bisschen ist lange ich verstehe nicht wie ich da vernünftig okay ich google mal ganz kurz see you kuatel of gemerkt bauen okay den namen kann man zumindest googeln video cache namen was das ist für ein video irgendein youtube game guides okay so achievement 1 ist einfach nur fighten achievement 2 in the course of completing a single challenge break all grappling ja verstehe ich okay jong-li wieso packt man jong-li auf slot 1 ah okay yumiya yumiya und alekino im team zusammen mit bennett und jong-li what the fuck ist das für ein team ähm was ist der hovering state einfach alle einmal kaputt machen und das wird die field secure while she is in the hovering state okay äh ohne ihn nicht verstehen aha ja me not get it not get it right at least also dumme frage meine ganz dumme idee wäre es gewesen yantfei aus dem bandit burst heraus klappt das ne oder ich fahr mal ganz kurz yantfei in das team hier rein ich will nur wissen ob sie in der luft die dinger treffen kann kann sie die dinger in der luft treffen yantfei your time to shine oh andere idee die ich vorhin schon mit dingens testen wollte aber nichts mit äh ausweichen und so weiter also an dem wo sie dranhängen kann ich zumindest burn damage verursachen stabilis das wollte ich eigentlich jetzt nicht man kann die abfackeln halt okay verstehe also das ding brennt 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 das auch die ganze zeit weiter nur kurz gucken tatsache ein pyro attack da drauf fuck das ding ab gather okay moment hmm ich würde gerne nochmal beenden und nochmal neu starten ich will nämlich wissen ob man theoretisch mit einem pyro charakter nach oben kommt also mit einem jongly piller beziehungsweise eher mit nicht mit einem jongly piller sondern mit einem dingens ansonsten retry challenge hmm wenn ich einfach nur dahin muss oh mein gott ich bleib mal bei dem team weil ich brauche wahrscheinlich nicht unbedingt dingens so achso ich soll vielleicht zumindest das machen das brauche ich schon verdammt ich hoffe das zählt irgendwie ansatzweise und so kann man sie auch in der luft besiegen theoretisch solidify ich glaube das zählt mhm 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 tchef hat 難 bei everlast tchef tchef vr So. mhm, mhm, mhm wo kommt der Selectro auf so von Fische ähm ich will die Arme lieber heilen so ok das in Luft besiegen wird vielleicht nervig es hat gezählt, oh mein Gott ich bin ein Genius habe ich es vorher nicht auch schon fast eigentlich geschafft aber egal, gut mhm, mhm, mhm mhm, mhm insgesamt elf, kann das sein oh boy gut ja, und der nächste Schritt ist dann zu besiegen, wenn sie grad in der Luft ist wäre natürlich mit Lünni ganz geil, aber so in der course of community a single challenge break all the grappling anchor points before the Siu Quattle of Kimiak Gon goes into the hovering state aha so, defeat your while she is in the hovering state ok gut das heißt, ich sollte sie einfach nur in der Luft fighten ähm das heißt, eigentlich brauche ich jetzt einen Bogen DPS, weil ich will nicht am Boden gegen sie fighten ok mhm dann wäre in gewisser Weise Tainari gut, aber Tainari hat glaube ich zu wenig Damage in dem Moment das wäre ja an sich ein gutes Team, aber das dauert glaube ich zu lange mit ihm einfach nur besiegen, wenn das Ding in der Luft ist, oder? das heißt, da kann ich eigentlich Skara nutzen behaupte ich behaupte jetzt einfach mal ganz stumpf, dass Skara funktionieren dürfte in dem Moment und dem kann ich ausweichen die ganze Zeit, bis er dann irgendwann oben ist ähm Alternative wäre jetzt natürlich dann wie heißt es ja eigentlich könnte man auch Ganyu nehmen für die Frage, macht Ganyu genug Damage? nicht wirklich ähm ich glaube da ist Wanderer besser ist nur die Frage will ich Farozan dazunehmen? lass uns das mit aufbauen er kann ich halt nur aufbauen wenn das Ding am Boden ist das wäre eigentlich alles gut was nicht er ja gut ich muss wieso eigentlich ja Luftgegner mhm Farozan wäre natürlich für den Shred ganz gut, aber ich glaube in dem Fall ist es dann doch sinnvoller vielleicht einfach für die normalen Attacks Fischl mitzunehmen, weil die wird vom Boden austreffen in dem Namen der Prinzessin und dann ist die Frage vom Boden wer hat noch Koordinator-Text die vernünftig vom Boden austreffen können mhm sie mit Reactions eigentlich ja eigentlich Markern Fischl greift das Ding an das ist halt ein gemischter Damage von allen ich habe dich seit Jahren wartet okay das wäre jetzt mein Team was ich nehmen würde spontan mit meinen Notativen gibt es auch noch was gibt es noch sonst äh Bänder könnte ich ja wirklich nehmen als Notfall-Healing und für einen Damage-Boost ja aber sonst sieht das halt mager aus Tenario und Ganyu wären noch eine Option in der Theorie nehmen wir mal das Team jetzt hier und trauen wir einfach nur weil es sonst lange dauert Essens-Buffs rein gut so die Fans ist mir grad egal und komm Pyro das war das Falsche wieso Pyro wie komm ich auf Pyro da bin ich mit einem Pyro im Team äh Bababab da in Anemo hab ich so was Meister-Passwort okay dann trau ich noch mehr so gut dann machen wir so zack Midnight Phantasm Oh mein Gott die nimmt einfach in der Luft weniger Schaden Stabilize Stabilize Ich sehe alles ich sehe alles nicht von ich sehe alles der der Ja, Moment. Sich irgendwie Treppe wundert mich gerade. Okay, jetzt ist die Fliege in der Luft weniger Damage. Dann muss ich eigentlich runterbursten, bis ich mir ein bisschen Punkt. Und dann muss ich sie eigentlich in der Luft erst finischen. Klingt nach dem Plan, oder? Klingt nach dem Plan, oder? Ja, komm, ich krieg da keine Fischel zusammen. Ja, der definitiv überwist in so eine Luft. Boah, das ist auch so ein ekelhafters Abgewartet einfach nur. Shadow Raven, lass die Nacht fallen! Der Wind riecht. Oh, shit, da bin ich nicht aufgepasst. Weil ich Fischels so einen Vogel holen wollte. Der Schild war weg und... Oh, scheiße. Ich mein gut. Was soll's. Dann... Muss ich jetzt... Dann muss ich jetzt so fighten. Äh... 1,5 Minuten, okay. Kann ich dich mal ganz kurz am Boden halten? Das ist ein bisschen. Macht sogar gute Damage in gewisser Weise. Warte, wenn ich jetzt sie on field lasse. Ja, du kannst nicht fliegen. Du kannst fliegen! Ähm... Ich sehe alles. Ich sehe alles. Ich meine, sie macht jetzt auch nicht so viel weniger Damage eigentlich im Endeffekt. Muss man schon sagen. Einfach laufen funktioniert schon eigentlich. In gewisser Weise. Zack. Falscher Charakter. So. So. Mhm. Muss ich nur aufpassen, dass ich sie nicht am Boden platt mache. Gather! Tja! 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 Und jetzt in der Luft besiegen. Tja! Hashtag jung, was es braucht. ganz im ernst das hier war pipifax gegenüber dem anderen what the fuck ich meine die idee war gut einmal runter holen und dann einmal komplett in der luft besiegen aber im gegensatz war das wirklich das war pipifax der hier der fight gut ich war mit den einen dingen zum aufstellen ich habe mich doch gestern nicht dumm angestellt oder es war einfach gestern extrem nervig lang und auch wenn ich oder 20 ich habe zwei stück noch 20 prozent das ist ein 10 richtig wahrscheinlich 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 ja nicht aber gut so gut den wechsel hat halt habe ich alle aufgefüllt er habe ich und ich habe fast kein fisch mehr das ist der moment wo man eigentlich keinen fisch verschwenden sollte diesen modus in dieser sphäre aber egal so ich will mich nicht weiter umgucken hier oben drauf soll mir so reichen da war ich in die kluft gegangen ich glaube da war ich weitestgehend obendrauf zugange aber obendrauf werde ich mich eh noch mal umgucken dann bei zeiten und da ist ein pyrokodos gut zack na schaffe ich es ohne floges sonnen zeugs ja theoretisch ja wenn ich abspringen so da unten war ich noch nicht macht das jetzt sein zu gehen manche und jetzt so gehen und sind so und dann so es hat doch relativ viel oder mache ich jetzt einfach schluss ich habe jetzt den teleport punkt hier ich meine ich kann ja mal warte wie mache ich das am besten so so hier bin ich mir jetzt nicht ganz sicher aber ich glaube hier auch da bin ich glaube ich fertig den habe ich jetzt gerade erst geplaced oder ich glaube so ich habe morgen halt wieder ein arbeitshacken gehe wahrscheinlich morgen abend schwimmen wenn ich mir nicht irre denke ich mir zumindest wenn ich morgen schwimmen gehe dann bin ich erst wieder spät zu hause wenn ich dann sowieso theoretisch hier oben unterwegs bin morgen abend eventuell den kann ich auch dann da oben direkt den weg hier rüber runter machen dann dahin in die richtung dann kann ich es gar nicht komplett abschließen so und hier müsste ich auch noch mal da habe ich aber schon ein ding ganz markiert das heißt da werde ich ja gut da kann ich auch in den lead modus gehen wahrscheinlich werde ich morgen abend die quest machen und dann das restliche ding hier noch erkunden hier müsste ich jetzt eigentlich fertig sein bis dahin zumindest ja sieht gut aus da hatte ich auch schon den teil hier eigentlich könnte ich auch noch dann eigentlich hier oben hingehen und dann da runter dann hätte ich das auch irgendwie so keine ahnung weiß ich nicht gut ja viertel vor also ich würde jetzt noch wahrscheinlich ein bisschen was laufen lassen nebenbei ich weiß noch nicht was einerseits würde ich Jojo laufen lassen weil da passiert nicht so viel würde ich mal behaupten das ist hauptsächlich fighting kram smart fighting anführungsstrichen weswegen das ok wäre andererseits ja keine ahnung ist da ist da story vorhanden minimal würde ich jetzt mal behaupten hat man da story ähm ja weiß ich grad nicht ich hab noch ich hab noch Solar Opposites auf Disney Plus übrig was hab ich noch übrig hm hm wir sind in zwei stunden wow okay gut ich bin echt out of äh timing jetzt hier bei den dingern achso ich weiß was ich noch machen muss und kann jetzt wo ich grad hier stehe wir können noch ganz schnell hier rein gehen bevor ich das nämlich vergesse sonst muss ich das nochmal extra aufnehmen gleich jetzt nehme ich jetzt einfach hier mit rein ich bin mir ziemlich sicher dass ich noch nicht gegen Gene gespielt habe ich gucke noch mal ganz kurz in meine schlaue Datei rein ähm die auf dem Desktop in der Verknüpfung liegt ganz schön weekly TGC ne ein Textdokument liegt drinnen da oder hab ich doch schon ne achso ok ne Gene hat ein X das heißt Gene habe ich doch schon gespielt hier ok gut ne dann passt das dann ist das hier uninteressant hier drinnen raus ähm gut ne ich werd gleich nochmal ein Resin irgendwie draufhauen und wahrscheinlich mir noch einen kleinen Abendsnack suchen ich hab mir die letzten zwei Abende gedacht ob ich nicht einfach abends mir noch eine Strickhacke überziehe oder so und einmal im Block laufe aber wenn es dann halt um viertel vor zwei der Fall ist also klar Uhrzeit mäßig wäre es meine Uhrzeit aber wenn es viertel vor zwei ist ich weiß nicht ob ich dann nochmal nach unten möchte und alles drum dran so dann mindestens bei meinem Tempo 10 kommt noch an wie groß die Runde ist wenn ich die kleine Runde mache um den Block das 10 Minuten wahrscheinlich mit vorbereiten anziehen 20 Minuten hm ich hab meine Kopfhörer dabei meine hier da ist es zum Schwimmen die kann ich auch hier so nutzen mit Bluetooth könnte ich machen also die Frage will ich das weiß ich nicht wenn halt anziehen im Sinne von ja will ich eigentlich eine Schlafhose auch muss ich dazu sagen ich will jetzt keine richtige Hosefax anziehen aber in einer Zitulung jetzt mit der Schlafhose rumrenne ich weiß nicht äh gut 120 Long-Term Encounter Points und das nach einer halben Woche ungefähr ja gut doch eine halbe Woche kann man sagen Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag sind vier und jetzt Sonntag sind fünf okay zwei Drittelwoche so auf vier Stück fünf sechs mal fünf ich hab 30 ich hab einen ganzen Monat schon angesammelt an ich muss keine Daily Queste machen und das wird nur noch mehr mit jeder Kiste füllt sich das Ding ja irgendwie ich mein es echt gut damit und wieso ist das immer noch ein Triforce aber okay ne gut ähm denn morgen Abend gehts dann nochmal wieder runter in den Süden äh und dann vielleicht noch die Triforce die da ist und wenn ich das gemacht habe dann stimmt ich muss auch noch mit den Sacred Flame Leuten reden und der Canopy muss ich noch reden je nachdem würde ich vielleicht sonst auch morgen Abend dass wir den Canopy morgen Abend erst noch machen erst noch reden gehen weiß ich ja nicht ob ich aufreden Bock habe äh ich denke mal dass ich das Avant Guard Event am Wochenende mache wenn es auch komplett ist dann klingt am logischsten naja gut auf jeden Fall so hat es gewesen sein wir haben es 10 vor 2 ich will eigentlich in 3 Stunden spätestens 3 Stunden spätestens genau um 3 Uhr spätestens im Bett liegen und zwar alles weg zur Seite will ich mich kennen werde ich aber nicht um die Uhrzeit im Bett liegen und alles zur Seite geräumt haben muss ich noch irgendwas für morgen bedenken ne morgens ganz mal Arbeitstag ich kann meine Schwimmtasche packen in der Theorie Sachen für die Arbeit raus holen vielleicht noch Wäsche wegräumen gleich wenn ich jetzt runter gehe ich bin mindestens 20 Minuten unterwegs und ich hab also ich hab eine Schlafhose an die Hosentaschen hat so ist es nicht aber ja ja die ist halt trotzdem noch blöderweise am Rutsch wenn ich da was reinpacke hm meine richtige Hose jetzt überziehen will ich mir auch nicht also ne kurze Hose oder sowas die rutschen wahrscheinlich auch dann wenn da zu viel Gewicht drin ist Strickjacke müsste ich hab ich eine Strickjacke hier? ich hab hier eine Strickjacke hängen da könnte ich Handy reinpacken und Schlüssel reinpacken das wäre die Idee oh mein Gott mach ich den Bullshit muss ich mal gucken einmal den Sommerabend genießen die Sommernacht die Septembernacht wie auch immer warte mal Juni, Juli, August eigentlich haben wir jetzt Herbst offiziell oder? aber gut egal ich sag hier tschau und bis dann die bis dann die 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 Vielen Dank.